So, dreh dich um, Struth. Dreh dich um. Scheiße! Mein Plan war doch nicht, entdeckt zu werden. Ich muss mir noch mal Gedanken machen, wie ich dann hier wegkomme. Wenn ich den da wegkomme, dann bin ich da schon ein großes Stück weiter. Nach unten laufen. Nach unten laufen. Versuchen. Was mache ich denn hier? Das ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Scheiße! Ich muss den Strohboot hier wegkriegen. Der sieht ihn aber volle Kante, ne? Ja, er sieht auf die Leiche volle Kante. Ich müsste die Kleider haben, aber wie komme ich an die Kleider? Sind das hier Kleider? Ne, das sind keine Kleider. Wenn sie Kleider hätte, dann würde ich schon eine ganze Menge Können, Tun, Machen. Ja! Sag doch immer das Gleiche. Komme ich mit ihr? Was für ein Sichtpegel hat er? Oh, die volle Bandbreite. Volle Kanne. Da steht auch einer. Das nervt. Das nervt. Was ist mit dem Strohboot? Da kann man den nicht noch irgendwie beseitigen? Ja, ja, jetzt seh mich noch hier, du. Ich glaube, ich werde versuchen, diesen Strohboot, der da steht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich möchte mich noch mal eben den Sichtpegel von mir angucken. Oder ich riskiere es ganz einfach, dass, ähm, warte mal, dass hier eine Falle liegt. Ich speichere das mal ab und leg die Falle hier vorne hin. Vielleicht läuft er da ja auch rein. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht habe ich Glück, weil guck mal, da hat er keinen Sichtpegel. Ich probiere es einfach mal aus. Na, er geht ziemlich eng. Das ist doch nicht wahr. Er wird, er wird überall her gesehen. Ist das eine Timing-Frage? Ja, das ist eine Timing-Frage. Gott, Leute. Es ist echt eine Timing-Frage. Das ist, die Idee war nicht schlecht. Genau, wir machen hier die Falle hin. Oh, leckt mich am Arsch. Leckt mich am Arsch, ey. Das ist doch nicht wahr. Ich will doch nur eine Person töten. Jetzt habe ich sie so knapp hingelegt. So, gucken. So, mal gucken. Mal gucken. Nein, jetzt kommt er und sieht die Leiche da, ne? Ne, sieht er nicht. Was, 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 was? Das kann doch nicht angehen. Boah, das ist doch zum Kotzen, Leute. Das kann doch nicht angehen, ey. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Ich muss das machen, wenn er auf dem Rückweg ist. So, jetzt, jetzt kann ich. Warum pfeife ich eigentlich? Was hatte das jetzt für einen Sinn, bitte? So, mal kurz gucken. Die liegt so beschissen, da läuft er gar nicht rein. Das werde ich mit dir. Ah, das ist ein Frust. Also, wenn das jetzt nicht klappt, dann... Hm. Das ist so bescheuert. Es ist so scheiße. Es klappt vorne und hinten nicht. So, jetzt gehe ich mit ihr erstmal zurück. Der nervt mich hier und der. Da kann ich nichts machen, ne? Ja, äh! Ein Double-Kill machen. Hm. Das ist alles so gehopst wie gesprungen, ey. Irgendwie was anderes erreichen. Hier sind mir echt zu viele, zu viele Leute. Und ich dachte, da kommst du ja leicht rein. Ui, 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 ui. Die beiden, wenn die beiden hier weg wären. Ich guck mal, ob ich hier nochmal irgendwas erreichen kann. Ich versuch jetzt nochmal was ganz unorthodoxes. Warte mal. Wie weit guckt der denn? Oh, es geht. Wie lange guckt der weg, wenn ich was hier hinschmeiße? Hm. Eins, zwei, drei, vier. Das könnte klappen. Mit Russian. Okay. Und dann ein Double-Kill machen. Ihn dann sofort mit dem Shoryuken erledigen. Wollen wir das mal versuchen, ob das geht? Jetzt kommt die Alte da weg. Ich hab die Schnauze voll mit ihr da. Die Alte kommt da jetzt weg. Die kommt da jetzt ganz weg. So, hier oben. Und dann ist gut. Abspeichern ist gut. Also, ich will ihn ablenken. Dann, äh... So, dann machen wir das mal so. Oder ich lenke den Strohhut... Ah, nee, das ist Quatsch. Ich komm da gar nicht so... Doch, das könnte ich allerdings auch machen, oder? Wie lange guckt der Strohhut weg? Okay. Erstmal hier abspeichern. Also, der Strohhut, das ist Quatsch. Was hab ich jetzt für'n Scheiß gemacht? Ich war jetzt gerade ruhig, weil ich so konzentriert war. Ich muss den so ablenken, dass er hier hinguckt. Doch, der guckt da hin. Eins, zwei...